hallo und herzlich willkommen zurück zu die insel hier ist wirklich nicht groß hier stehe kann ich da ich das dorf und hier sehe ich auch im strand also da ist nicht viel wo ich wollte mir das dahinten angucken was haben sie denn da gemacht ich komme ich da am besten hin tue ich hier wie kommt man da am besten hin ich muss es mir ja doch angucken am besten nach hause komme ich in dem ich sterbe ja problem kommen wir doch hin das sind auch bestimmt diese steine im wasser um hier hin zu schwimmen naja ok abhoch mit dir geraten dorf und auch noch bewohnt wird nicht geschossen könntet mal eure sachen hier reparieren junge 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 jetzt nicht aus ja du wasser schon schatzkarte feuer 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 und wenn der nicht auch nicht ok hat es gerade oh ne nimmt er den ganzen mist hier wieder mit auberjagddeutsch wo ist denn der noch eine schatzkarte mit drei schatzkarten so dein schlosspistole schatzkarten aber jetzt wo führen die hin mal das mal testen nebenwand wechseln also da lang oh warte hier lang ja nein mach das auf sie auf der kleinen insel drei schatzkarten ja 24 planken immerhin hier könnte man eine piratenbasis aufbauen auf jeden fall wird man hier nicht mehr angegriffen zu schlecht angegriffen wer hat das hier kaputt gemacht was du das man wo sind die zwei steinchen die richtung also doch zur hauptinsel hier krault hier krault da hinten das kleine dörfchen da nicht ganz übel nicht übel ganz nett da leuchtet es doch schon wenn ich jetzt einmal rund da fehlt mir noch ein zipfel ich habe keine schaufel mit ne brauche ich auch keine schatzkarte da da ja gut bringt ja nichts bringt nichts ne wo muss ich noch lang die richtung auf den bäumen kann man landen sonst aber auch nirgends da bin ich richtig unterwegs neben ich nicht die andere richtung na klasse was hat er gesagt hat sie da muss ich lang jetzt eigentlich auf der karte sehen können jetzt mein moped wird das auf der karte angezeigt das kann ich mir ja kann ich hier so was mache ich mir ja obendrauf ich das immer wieder finde so grau flugzeug so was ja wenn den kisten mal was anständiges drin wäre aber 25 planken und hier wer ein bett zwei doppelbetten und hier eine kiste stein kann man auch immer brauchen ich will ja nur einmal rund also was mit den pfeiltasten ist auf jeden fall deutlich einfacher zu steuern also was mit den pfeiltasten ist auf jeden fall deutlich einfacher zu steuern als mit hier rf und was weiß ich b die tasten nimmt nebeneinander übereinander grotte 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 können wir mal reingucken naja und hier ist schon was kaputten ich war noch nicht mal da ja komm ist halt eine normale grotte und nicht mal eine mit mit versperrtem weg so bin ich jetzt rund vielleicht ja jetzt bin ich rund jetzt hier immer es gibt hier ein zwei drei vier vielleicht gibt es da oben noch eine höhle werde ich mal gucken wenn ich hochkomme wenn ich hochkomme wenn ich hochkomme wenn ich hochkomme 19 wir sind rampel fahrt mitten auf dem berg er führt mich wohin nirgends ist noch einer so da wollte ich hin da hinten wollte ich gucken bist du für einer rissscherben kommt gibt mir eine rissscherbe war es schon kann nicht rissscherbe naja komm geh weg rissscherbe hajo macht sie Es ist ja nicht so, als hätte ich keine Kokosnüsse. So, ok, na, längs, das ist wieder Dschungel, oder? Oh, Tomatis. Ist das die Insel, oder? Gibt es auch sowas? Ah, tatsächlich. Da oben bestimmt auch. Aber die scheint mir echt ein bisschen größer zu sein. Vielleicht sogar noch größer als die. Hier so. Und hier ist auch noch eine Insel. Gibt es hier Tomatengegner? So, bin ich durch? Ne, da war keine In... Äh, Dingens mehr. Nee. Okay. Hier hoch wollte ich noch. Ja, denn... Ah ja. Jetzt habe ich aber alles, ne? Wo ist der Nächste? Da. Pisten? Ne. Du betrittst? Wasser. Jetzt muss ich aber runter. Autsch. Machst du das? Kann ich den nicht mitnehmen? Explosionskerne. Ähm. Hä? Die wollte ich doch auf jeden Fall mitnehmen. Ach, 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 ach. Ja, da kommen sie auch. Aus allen Ecken. Aber ich sehe keine Kisten. Da unten ist eine. So, hier. Ich bin ja mal wieder voll bis oben hin. Ja, mach du die. Ich muss erst gucken, was ich hier rauswerfe. Ähm... Spinnfäden jetzt wegzuwerfen ergibt, glaube ich, gar keinen Sinn. Äh... Geröstete Ananas kann weg. Das kann auch weg. ... Hä? Kein Buch drin? Doch da. runen foliant ja gut ich glaube ich nicht brauchen wo kommen wir nicht mehr und mein auto ist das hier ist ja eigentlich in den süden ja warum ich das ding an so da irgendwo ist mein auto ein sie ist doch schon oder ich sehe es zwar nicht da müsste es sein aber ich habe doch da ein marka dran mit dem fähnchen nicht so weit weg ich muss mal zwischen landen die bananen patrouille ist unterwegs dann fliege ich wieder zurück ich habe nur eine rissscherbe ich kann hier nichts bauen ich habe auch gar keine ich habe gar nichts dabei was auch können o colombo habe ich glaube ja hätte ich aber gut dann werde ich jetzt mal wieder zurückfliegen bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen noch mal bis dahin gehabt euch gut und tschüss tschüss